Die Fischer Duoline, die innovative Dübellinie mit der intelligenten Verbindung aus mehr Power und mehr Schlauer. Die farbige Duoline bietet mehr Funktionen und Komponenten, ein Mehr an Montagefreundlichkeit, Leistung und Nutzen. Die Montage ist einfach und funktioniert ohne Spezialwerkzeuge. Das spart Zeit und Kosten. Ein Drehen der Schraube, richtiges Ziehen zum Schluss. Der Duopower sitzt perfekt in allen Baustoffen und ein Überdrehen der Schraube wird verhindert. Der Duotec ist die ideale Lösung für hohe Lasten in Plattenbaustoffen, auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Bohren und durchstecken. Auch ohne Schraube fällt der Duotec nicht ins Bohrloch. Innovativ und praktisch. Die Skala am Band des Duotec 12 für die einfache Ermittlung der erforderlichen Schraubenlänge. Der selbstbohrende Gipskartondübel Fischer Duoblade ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Seine selbstbohrende, scharfe Spitze sorgt für einen sauberen und effektiven Bohrvorgang ohne Ausbrechen der Platten. Dank der Zentrierspitze lässt sich der Dübel genau ansetzen und verläuft nicht. Der Duopower spreizt in Vollbaustoffen, klappt in Lochbaustoffen und knotet in Plattenbaustoffen. Mit drei Dübelspreizzonen findet die Langversion des Duopowers perfekten Halt in Problembaustoffen. Der Duotec als Spezialist für Plattenbaustoffe klappt in Hohlräumen. Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen spreizt der Duotec automatisch und sitzt perfekt. Der Duoblade drückt beim Schraubvorgang die Schraube auf die Bohrspitze, sodass diese abfällt und Platz für die Schraube macht. Das ermöglicht eine leichte Schraubenführung. Das selbstschneidende Gewinde bietet optimalen Formschluss. Seine innovative Geometrie erzeugt weniger Spannung im Gewindekörper und schützt somit den Baustoff. Mitdrehsicherungen verhindern bei Montage und Demontage das Mitdrehen des Dübels im Bohrloch. Die zusätzliche Spreizwirkung sorgt für sicheren Halt. Ein innovativer Materialmix. Die Mehrkomponententechnologie beim Duopower bietet mehr Spreizvolumen und ein optimales Eindreh- und Festziehmoment. Die Glasfaserverstärkten Kunststoffe beim Duotec sorgen für hohe Zug- und Querlasten. Die scharfe Metallspitze des Duo Blades mit den drei effektiven Schneidzähnen ist extrem hitzebeständig und garantiert eine sichere Installation ohne ein Verlaufen des Dübels. Mehr Leistung, mehr Sicherheit. Alle Produkte der Duo Line überzeugen durch Top-Haltewerte in verschiedensten Baustoffen. Mit seinem Metallskelett erlaubt der Duotec 12 eine zusätzliche höhere Lastaufnahme in besonders tragfähigen Baustoffen wie MDF und Spanplatten. Die Fischer Duo Line ist damit die perfekte Wahl für unterschiedlichste Anwendungen. Von leicht bis schwer, von klein bis groß. Die Anwendungsmöglichkeiten der Duo Line sind vielseitig. Die Duo Line in Grau und Rot. Sichtbar besser, sichtbar Fischer. Und mit dem Duo Power mehrfach ausgezeichnet.